Ein herzliches Moin Moin von Nordsee. Wir gehen heute in den Zoo von Stralsund, ein Tierpark von Stralsund, je nachdem wie man es sieht. Da das Wetter für das Baden nicht so ganz mitspielt, sind zu viele Wolken. Von daher, bis gleich. Eines möchte ich noch sagen. Es tut mir leid, dass der Vlog gestern ein bisschen kürzer geworden ist, aber dafür wird der heute wieder länger. Jetzt, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. bit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ab in die Comments, bis morgen!